Die Rache der gelben Spinne Die Rache der gelben Spinne Trotz Terror und sadistischer Grausamkeit lassen sich die Rächer vom Klam der gelben Spinne nicht in die Knie zwingen. Ihr eiserner Wille macht sie zu unbezwingbaren, todbringenden Kampfmaschinen. Durch die Übermacht ihrer heimtückischen Feinde in die Enge getrieben, haben sie kaum eine Chance. Doch die gelbe Spinne ist nicht so leicht zu zerquetschen. Ihre Kampftechnik ist tödlich wie der Biss der Tarantel. Die Rache der gelben Spinne Noch keiner hatte eine Chance gegen den mächtigsten der Kung-Fu-Giganten zu bestehen. Der Angriff des Roten Drachen ist von mörderischer Urgewalt. Wie ein Taifun zerfetzt er jeden, der sich ihm entgegenstellt. Die Rache der gelben Spinne Die internationale Presse schreibt Kampf-Szenen von mitreißender Dramatik und höchster Perfektion sowie ein super Aufgebot der berühmtesten Kung-Fu-Stars machen diesen Film zum Eastern-Action-Hit des Jahres. Die Rache der gelben Spinne Die Rache der gelben Spinne Die Rache der gelben Spinne Die Rache der gelben Spinne